Hey, und herzlich willkommen zu Let's Play Paradigm. Ähm, ja. Dieses Spiel, ich hab keine Ahnung, was es mir sagen wird oder will oder was auch immer. Ähm, da würde ich einfach mal sagen, wir gehen einfach mal auf New Game. Und fangen an, uns das anzugucken. Okay, ich glaube, wahrscheinlich, wahrscheinlich wollte ich eigentlich eher solidär spielen. Oder machen wir mittlere Schwierigkeit? Ich schätze mal, dass hier ist mittlere Schwierigkeit. Ach komm, ich, ich tu mal so. Ich habe vorher Spiele gespielt, ja, das, das ist tatsächlich. Oh Gott, okay, das ist freundlich. Machen wir das einfach mal. Gucken mal, wo uns das... Oh Gott. Ah, ich konnte es noch nicht mal zu Ende lesen. Sieht so wunderschön schrecklich aus. Oh Gott. Ist dein Kind ein Fehler? Ja. Hast du ein Jahr langs von ihrem Leben acquiring ein Art Degree? Du hast es regiert, auf eine regularer Ebene? Nur zu spenden es auf dein Kind's expensive taste in Bullshit Coffee? Ist dein Kind einfach ein Asshole? Diese sind Fragen wir fragen uns jeden Tag. Hier bei Duper Genetics haben wir die Lösung. Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Der Prozess ist sehr simpel. Wir gatherschen deine brokenen Träume. Wir kombinieren sie mit unserer genetische Sequenzierung-Technologie. Und letztendlich unsere secret sauce. Und dann, dein Prodigy Child ist born. Ich will nicht wissen, was das ist. Don't leave your child's success to chance. They can be a Prodigy Child in anything. Such as Scientist, Bodybuilder, Wizard, and Cat. You know what to do. Do you really want to risk the embarrassment? Buy a Prodigy Child today. You won't regret it. Time to put on some Beatsies. I am so bored. I should probably make progress on my EP and make some beats on the computer. and not procrastinate, which would inevitably lead me to reevaluating my life decisions and weeping silently. That's great. I've completely forgotten how to exist. Oh God. Ja, ich habe vergessen, wie man lebt. Das ist mir schon häufiger passiert. I feel like this is something I shouldn't forget. Thank God you exist. I could never afford a real doctor. Would you like a regular doctor or a life-changing doctor? Life-changing doctor. Also, ich würde ja jetzt eigentlich schon das mit dem Hund nehmen, weil mit Hunden ist alles besser, also. Ja. Oh God, was habe ich getan? Oh God, warum? Ja, so fühle ich mich auch gerade. Oh, das war's. Okay. Na gut. Ich meine, wahrscheinlich weiß ich jetzt eigentlich alles, was ich wissen muss. I will be your guide. Okay. Ach, ist das das Ding, was da oben ist? Oder ist das nochmal ein schwebender Tumor? Ich fühle mich missbraucht. Okay. Weiter. Hm. Es scheint nicht zu funktionieren. Es ist einfach wie das Fashion-Kombo mit Socks, Sandals und Fannypacks. Obwohl du ein 40-jähriger Mann, der Schöne nur auf uns sind. Ich sollte mit John sprechen. Er wird wahrscheinlich wissen, wie es sich zu fixieren. Wer ist John? Ach, ist das John? Können wir mit dem reden? Es sieht nicht aus, wie er jetzt aufgerufen wird. Ich muss ihn aufgerufen. Das Gesicht aufgerufen. Das finde ich gut. Man müsste eigentlich auf alle seine Sachen solche Gesichter draufkleben. Das macht es direkt viel besser. Was haben wir denn hier? Serial, Dr. Bed, Schrein. Okay. Tutorial-Packen. Wenn wir mal wieder vergessen, wie man lebt, dann können wir da drauf drücken. Okay. Sexy-Pants, hm? Exit. Okay, vielleicht sagen wir... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mhm. Immer diese Roboter-Diskriminierung. Schlimm. Kann ich dir draufheben? Auch wenn ich nicht denke, dass es nichts falsch ist, ich bin einfach nicht so in Artificial Intelligence. Ich... Ich werde nicht wieder seine Knöpfe pushen. Nicht nach dem letzten Mal. Ich brauche einen Artikel zuerst. Ich könnte versuchen, mit dem Adokter zu sprechen. Ich werde es in meinem Inventor setzen. Oh, mein Inventor kann hier alle Dinge machen. Robot-Human-Marriage wird nicht so groß. Oh, jeez. Ich habe vergessen, wie ich meine Pocken wieder benutze. Beginn. Gm. He mi..., Ich hab das nicht gerade gemacht. Ah, das hab ich gemacht. Ich hab das nicht 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 gemacht. Cool. Jetzt weiß ich wieder, wie ich meine Taschen benutze. Kann ich alle möglichen Sachen jetzt einfach mitnehmen? Ich will alles mitnehmen. Du bist aber wirklich sehr messy, mein Freund. Ich brauche einen Adapter zuerst. Oh, warte. Ah, ich hab gerade... Nein, ich will nicht, dass du da rangehst. Talk to. Kannst du mit dem Kabel reden? Oh, das ist süß. Oh, das ist süß. Okay, Adapter. Kann ich das da drauf? Ja. 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 Es funktioniert. Cool. Oh, mein. Was hast du mich für? Du weißt, warum. Ja. Ich möchte das nicht wissen. Ich möchte das nicht wissen. Oh, das Gesicht. Oh Gott. Es ist ja furchtbar. So einfach direkt aus irgendeinem Albtraum oder so. Oh Gott, ich will da nicht hingucken. Okay. Ähm. Das gefällt mir auf jeden Fall. Okay. Okay. Das ist ja schön. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, es ist sehr gut, dass das zentensiert war. Ich glaube, es ist sehr gut, dass das zentensiert war. Das funktioniert immer. So look at that. Alright, I get it. Yes, key. Where can I find the recovery floppy disk? Alright, I'll search with my little Google here and check it out. That's weird. It only tells me where to find sexy singles in my area. And one little weird secret to get ripped. I always wondered what I'd look like with a six pack. Just tell me where to get it. Alright mate, I'll tell ya. But first I need your help. I've got at least ten chat rooms and two internet dating sites to frequent the night. And I need you to get me in the zone. How am I supposed to do that? A little bit hurt you don't remember anymore. Ever since I had to roll back to version 2.1, you can't even look in my eyes, Jordan. We've already discussed this. You don't even have eyes. Seriously, what do you want? Use your imagination, mate. I need to maximize my sex appeal potential. One ton of copper warring doesn't exactly solution potential partners. Except for sweaty salvage men. And I'll tell you what, mate. I don't want any news from sweaty salvage men tonight unless they look like sexy sweaty ladies. Take something out. Gross. Ugh. Such an irritating minor inconvenience. I just want to finish my new EP. By the way, if you don't fix the computer soon, the powerpoint will melt down and everyone will be dead. Or become seriously mate. Living their life in constant agony. Cheers, mate. There must be something in this room I can give him. There must be something in this room I can give him. Okay, ich muss irgendwas finden. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Bogenizer. Sort of like a personal digital diary. Compulsory to all citizens of Krush. Bogenizer, if you tell anyone who my high school crush was, I'll forget to take you out of my pocket next laundry run. Unemployed. I love sleeping so much. Oh ja, ich auch. Tja, das klingt sehr, sehr deep. Ich spiele mit russischen Zeichen und allem. Was ist das? Ich kann das nicht lesen. Hat nicht so viel reingeschrieben, kann das sein? Ist das ein Peniszeichen? Ich glaube, das ist ein Peniszeichen. Warte, das war eigentlich nicht der Knopf, den ich drücken wollte. Es ist eine Pogenizer. Wie ist die Pogenizer? Das ist ein Peniszeichen. Das ist ein Peniszeichen. Si, es ist ein Peniszeichen. Wenn es das teilt, dann schlagen Sie ein Peniszeichen. Wenn es das ist, dann schlagen Sie in den Käsechen. Sie evtl. Es ist ein Peniszeichen. Du musst das tun. Das ist ein Peniszeichen. Du kannst das klicken. Du willst du? To salvage these of the king of Moskvich, it has a memory of 6 KB, weighs 2 tons and it's only purpose is to play solitaire. Sehr gut, 6 KB memory, das ist schon nicht schlecht. Hey Computer, don't listen to the others, bigger is more beautiful. I don't feel like playing solitaire right now. Fast nicht. Thank you for dying for our musical scenes, DJ Jesus. Hello Shrine and DJ Jesus. DJ Jesus, please let my EP be the fittest of them all. Okay, we think about DJ Jesus. Oh yeah, that's not good. Okay, what else do we have? Serial? Uh huh huh. What is that? I'm stuck in the computer, oh no! Please help! Das, das ist nicht cool. Auch wenn... Oh, ich will gar nicht... Oh, ich will diese Gedanken nicht haben. Ich will nicht wissen, was er da versteckt hinter seinem Computer. Oder was er damit macht. Oh Gott. Nein, ich möchte das nicht. Warte, T-Rex. Vor allem einfach die Gitarre. Das ist schön. Oh, if only I was still planned. Pluto. Das, das ist immer noch die traurigste Geschichte in der Menschheit. dass einfach Pluto, so ein Planetenstatus, aberkannt wurde. Das, das war... Bin ich immer noch nicht drüber hinweg. Sehr schön. Okay, sagt es das irgendwas? Warte, ich möchte damit irgendwas machen. Kann ich das benutzen? Ja, Fluffy! Hallo, Rekord! Irgendwie ist der voll niedlich. Okay. Kann ich eigentlich mit dir noch irgendwas machen? Wahrscheinlich ist das nicht so... Oh, da ist das mit den Squares. Ich kann nicht mehr leben. Ich habe keine Arbeit an meinem E.P. gemacht. Außerdem... Ich liebe Leute. Hallo, Entrance. Würdest du dich durchgehen? Würdest du nicht? Du machst mich verrückt. Hallo, Entrance. Würdest du mich durchgehen? Oh mein Gott. Warum sind die alle so komisch? Oh, warum nicht? Ich will nicht wissen, was da drin ist. Das sind meine sexy Pants für sexy occasions. Ah. So ich kann sexy sein. Ich schreie mich selbst zu schlafen. Oh, sexy Pants. Hm. Ich glaube nicht, dass mein Inventor das Level von sexy sein kann. Ich glaube nicht, dass ich sexy sein muss. Das ist immer die richtige Zeit für sexy Pants. Okay, was haben wir? Achso, nein, der Exit. Das... Hm. Wir gucken uns das nochmal an. Gucken wir uns das nochmal an. That is where I bring all the girls. No. All the girls you're not having. Ja, ja. Genau das. Genau das. Oh nein. Nicht das Bett. Das Bett ist das beste von allen. Ich glaube nicht, dass das in meinem Inventor passt. Ich hatte ein Schmerz, dass ich in einem schrecklich rechten Spiele war. Aber der Designer war schrecklich gut. Weirrt. Was hast du denn hier noch so rumliegen? Sonst spreche ich einfach nochmal mit unserem sexuell verwirrten Computer. Hm. Do you ever miss the days when you were just a matchmaking robot? Oh, a little mate. Although the show was pretty terrible. Post apocalyptic Australia wasn't very pretty. Das glaube ich dir. Hey dude. Do you have 9000 impression? Open the pot bay doors hell. Dave. You're a drongo. You know I can't let you do that. That's just stupid. I have to go return some videotapes. Do you mind picking us up a bag? Cause I'm going to sleep a bit. Cheers mate. Okay. Das hat mich nicht weitergebracht. What do I need to get you again? Something to get me in the mood to chat your bitties online. Echt. You might pick a chisme. Okay, vielleicht war dann doch das gar nicht so verkehrt, was ich hier gemacht habe. Ich habe 14 Euro von einem talking dog gekauft. Ich glaube, er hat mich hustled. Bevor ich... Ist da irgendwas drin gewesen, was für die Sachen nicht... Weil das sieht doch eigentlich ganz gut aus so für ein bisschen Robosex und so, ne? Um ihn ein bisschen in Stimmung zu bringen. Sean Centralstein. A guide to love for the futuristic lover. This one got me my first online girlfriend. Who turned out to be a six year old man. Well, that's beside the point. Ja, ich meine, war trotzdem seine erste Freundin, ne? Man will das ja irgendwie... Ja, siehst du? This could get John in the mood. Wenn er auch irgendwelche Sixty-Year-Old-Mans haben will. Ähm, was will ich denn? Geh ich da hin? Geh ich da zurück? Na. I don't think that needs the smooth tunes or Sean Centralstein. Ich will irgendwie immer drag and dropen, aber irgendwie geht das hier nicht. Mhm. 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 Es geht um seine Mixtapes. Es ist viel wichtiger. Oder was auch immer für Tapes. Ah, ja. Die Antwort mag ich. Hm. Wie will er das machen? Er ist ein Computer. Oh Gott, diese Lacher. Okay. Okay. Er hat sich verbessert auf deine Papier-Maché-Kraft-Skills. Great work, John. Cheers, mate. Ich freue mich wirklich für deine Unterstützung von meinem Hobby. Anyway, Sie sehen, Cobzer? All die Welt's Radiaktiv-Waste ist dort unter Krush. Es gibt genug Radiaktiv-Waste unter dieser Station für quite eine Anhalation. Wie ihr wahrscheinlich wisst, Krush ist der Welt Nummer 1 in der Brombein-Economie. Jetzt, auf die Red Dot. Das ist uns. Oh. Nice. Nice. Sehr gut. Oh, right. Ich sollte wahrscheinlich stoppen. Piper Maché sieht, dass alles rechaktiert wird, Peridon. Du solltest diese online verkaufen. Sie sind wirklich großartig. Ja, nein, 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 nein. Eine Zeit, aber ja, geh mal ein Dugger-Sort mit ein paar Direktoren-Dates für Spacesketten. Wie hat der Computer das gemacht? Wie macht er Piper Maché Sachen? Das ist irgendwie ein bisschen gruselig, wenn ein komischer... ...sexuell... Ich will gar nicht sagen, was er ist. Roboter, irgendwelche Piper Maché-Skulpturen in meiner Wunsch, irgendwie überall. Oh Gott, genau das meine ich. Also, an seiner Stelle würde ich mich nicht schlafen würden. ...to bring me... ...paradigm. After all this time, ...you want to bring it back? Yes. We need... ...we need... Are you all returned? I'm just going to... ...I'm just going to let my face out. What? What? Warum? Warum? Oh Gott. Oh Gott. It turned me into this monstrosity. But... ...don't worry. Your legacy will live on. Ich bin verwirrt. Auf eine... ...sehr merkwürdige Art und Weise. Oh. John. Ich mag John. John used to be active out here, but... ...I disabled the module because he kept telling passes by to graffiti the phrase... ...Paradigm sucks balls. Oh nein. Jesus. Something many people don't know about the messiah... ...he had some sick hand styles. Mhm. There used to be a call to get inside somewhere around here... ...then the game designer realized it was a terrible puzzle. He had better things to redesign. Puck jokes. Puck jokes. Perfekt. Damit sollte man seine gesamte Zeit... ...verbrauchen. Is das der Name? Naming by public vote is... ...never a good idea. Or is it the best idea? I'm not sure. He is the day of the ten deck? I think I'm sure. Yeah. The gift that keeps on giving. Terrible life-long illnesses. Okay, that's good. Can I use that? As you can see by my hideous deformations... ...I don't need any more nutritional sludge. Unless it gave me the super power. It would not look like a foot. That's good. God damn it, Lucas. Stop spraying your intellectual property on my property. Hello, Lucas, Art's intellectual property. Please don't sue me. Nope. Please don't sue. Nope. Maybe I should use it. I wonder how long it would take before I get a cease and desist. Occupational health and safety says anything less than three layers of duct tape is unsafe. But I like to live wild and only use two. Nope. That's but... Hello, duct tape keep me from experiencing an extremely painful death. Oh Gott. Okay, this, this is, this is Spiel is, it is, it is wunderschön. That is duct tape. The whole building would more than likely explode. I'll leave it there, just in case. Vielleicht könnten wir doch noch eine weitere Schicht da kleck drauf tun, das wäre vielleicht... You'd think the boiler would contain something important for running the power station, but really it's just filled with liters upon liters of vodka. Hello unprecedented amount of vodka. It would be handy to carry around the lifetime supply of vodka. I'd be like the king of parties and hangovers, maybe even a projector of vomiting if I was lucky. Being this is a puzzle game, I would prefer to stay sober. That's my mailbox, almost always filled with online shopping regret. Hello mailbox, hello reminder of online shopping regret. So süß, wie er einfach zu allem sagt, hallo du da und hallo du da. Hey look, I have new mail. Hey, uh, what? Oh je. Oh je. I guess I'll put it in my inventory. Was? Eine Mailbox in der Mailbox. Okay, ich hatte jetzt an irgendwas unanständiges gedacht, aber okay. Sure, isn't an email left in here. And then where will I be able to store my online shopping regret? Das ist so gemein. Oh, das ist so gemein. Oh, das Gesicht. Das ist eine gute Frage. Fotosynthesis, bro. Das, das war eine sehr kurze, aber sehr präzise Antwort. Do you mind dropping some fat bitches? Okay. Fat bitches. Der sich einfach so komplett nicht bewegt, bis auf seinen Mund. Oh Gott, hört da wieder auf, irgendwas? Oh Gott, was hab ich getan? Oh Gott, bitte. Bitte. Kann ich irgendwas tun? Ich kann nichts tun. Oh Gott, was hab ich getan? Wir werden... Wir sind alle... Oh Gott, oh Gott, warum? Warum? Hör auf. Dope, denkst du? Nein, nein, bitte nicht nochmal. Errungenschaft freigeschaltet, dope. Sehr gut. Nein, nein, das möchte ich nicht nochmal. Ich glaube, er weiß nicht, wie es sich anfühlt, etwas anderes zu sein. Wie fühlt es sich für den Rest deines Lebens zu sein? Ich bin eigentlich disgusted, dass du diesen Lachen machen würdest. Aber wenn du seriös bist, fühlt es ziemlich nachhaltig. Ich bin eigentlich nicht so ein halbes Kartoffel oder so. Sind wir ein Mensch? Oder so? Also ich mein, wir sind irgendwie ein Mutant und wir sind ultra hässlich. Und es ist irgendwie echt verdammt merkwürdig, ihm ins Gesicht zu gucken. Das ist echt unangenehm. Du weißt viel über die Spitzkattette? Hm? All ich weiß ist, dass er der lokale Drugsaddikt ist. Goldolf Oekni, 47 Jahre alt. Unkontrollbar ein Fetisch für Boxen. Ich glaube, das ist er. Nein, ich weiß gar nicht viel über ihn wirklich. Exceptiert, er stelle ich für Drugs, in exchange für seine Boxen. Auch. Auch Blutjob. Auch Blutjob. Ah, ja. Entschuldige mich, während ich mich in einem Pool von Blutjob verbringe. Will ich das wirklich wissen? Ja, ich will das wissen. Wenn ich nicht ein Drugsaddikt war, würde ich es wahrscheinlich beurteilen. Es wird ziemlich leidig hier oben. Oh nein. Ist das ein Angebot? Welcher Drugsaddikt? Äh, ich denke, seine Drugsdruck ist Spacetust. Ich denke. Was ist das so gut? Some sayes mines from the moon. But really is just remarketed crack. I need to know where I can find him. Well, if you find me a map or something, I'll hook you up with this. How's the hustle going? Rent's too soon. And I've always wanted to try a sentient eggplant. Come on, man. Give us a break. Es gibt nur 5 Menschen, die hier leben. Alle sind verrückt. Außer du, natürlich. Das würde ich jetzt nicht so direkt sagen, aber okay. Later! Bistro! Oh Gott! Um die Renten zu bezahlen, Dug zahlt seine Beatbox-Beats. Sehr gut. Es gibt nur 5 Menschen, die hier in Krush leben. Und alle sind in Regierungssupport. Hallo, Sign. Hallo, Sign. Oh, ich mag den Sprecher, der ist irgendwie nett. Wenn ich das mache, dann kann er seine Beats. Das bedeutet, dass er keine Renten bezahlen kann. Das bedeutet, dass ich eine Beatsch habe. Ich war nie mit Beatboxing-Lippen. Aber ich war mit Smooching-Lippen. Das ist eine Lieche. Es tut mir irgendwie schon so ein bisschen leid. Okay, woher kriege ich eine Map? Ey, John? Hallo, Deactivated John 3000 Terminal. Okay, ja stimmt. War Deactivated John 3000 Terminal. Hallo, Door. Ich muss erst ein bisschen eine Map geben. Es muss hier etwas sein. Es gibt eine Map hier. Der Hobo von der Red Room auch mag, die Dinge außerhalb. Du denkst, es würde hier helfen. Aber dieser Spot hat nie der gleiche. Oh nein. Das Gras ist einfach weggegangen, weil es zu ekelhaft war, was auch immer er da getan hat. Ich will das nicht wissen. Wenn die Uranium ausgelöst wird, dann würde ich mich schmutzig 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 schmutzig. Aber du bist schon mal im Limit, Dad. Kann ich irgendwo noch anders hingehen? Ja, das mache ich auch immer so. Was haben wir denn hier? Was habe ich mir denn noch nicht angeguckt? Warte, was habe ich überhaupt in meinem Inventar? Hey, da ist etwas anderes in der zweiten Mailbox. Oh, die dritte Mailbox? Ich habe genug von deinen Spielen, Babuschkin-Mailbox. Warum habe ich die andere Mailbox jetzt nicht mehr? Wenn es noch eine Mailbox gibt, dann werde ich das Spiel uninstallieren. Hey, da ist ein Postkarten hier. Mit einer Botte von Wodka. Oh, das ist gut. Die einzige Wodka, die garantiert 60% von deinen täglichen nutrisionalen Nehmen und eine 50% Chance von Unemployment. Plus, die Postkarte-Map sagt, dass du die letter M presst oder das Sight-Up-Mail benutzt, um die Map zu benutzen. Weird. Das ist interessant. Okay, wir haben jetzt eine Map und wir haben Wodka. Wodka ist Wodka. Die einzige Wodka, die zu garantieren. Hallo, Courage Juice. Courage Juice. Hallo, Postkarte. Okay. Achso. Ich habe diese, äh, Courage Postkarte. Wird das funktionieren? Ja, ich denke, das funktionieren. Du kannst ihn in der Botte von der Courage Forest finden. Also, eine letzte Sache. Keine Überraschung, wenn er keine Hose hat. Also, ganz ehrlich, in diesem Spiel wäre ich von nichts in irgendeiner Art und Weise überrascht. Am allerwenigsten davon, dass irgendwer keine Hose trägt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Computer auch keine Hose getragen hat. Nur so und so. Um mal drüber nachzudenken oder so. Was ist das? Junkyard? Keine Ahnung, was auch immer. Ich will jetzt dahin, ne? Ja. Er hat eine Hose an. Aber er sieht. Oh Gott, was ist falsch mit dem? Was ist falsch mit seinem Auge? Oder, beziehungsweise, welches ist falsch? Ist das das richtige Auge? Planet Love. Oh Gott, da will ich schon gar nicht wissen, was das tut. Random Kamera. Die Leute wahrscheinlich bei sehr komischen Sachen beobachtet. Und? Warum sind hier überall Tentacles? Und warum gibt es da mit Risse denn? Ah, der alte Crashplan in der Forrest-Trope. Warte, da ist ein Sticker hier. Es sagt, Nicky Nacks Replika-Crasht-Aeroplane. Sein Motto sagt, wenn du viel Geld hast, kannst du es auch gerne spenden. Was ist das hier alles nur projiziert oder so? Was ist das Punkt? Ich bin terrified of heights. Ich glaube, es würde niemals funktionieren. Oh nein. Wenn ich es so hätte, würde ich es nutzen, um es zu fliegen, um ein viel besseres Spiele zu fliegen. Vielleicht etwas wie die neue King's Quest. Oder ein neues Egedei-Game. Oder sogar Telltale. Es hat ziemlich gute Dinge zu tun. Ich weiß nicht, etwas wie das. Hm. Telltale, ja. Press für Super Spooky Crashplan Edition. Skalai! Yes, very spooky. Oh nein. Skalai! Die Stimme hat mich tatsächlich sehr an Adventure Timern, die Fluffy-irgendwas-Prinzess da erinnert, die komische-lilane Wolke. Hallo, Button. Hallo, Button. Was ist das? Es ist ein Toy-Rocket, der drei Setzungen hat. Atmosphäre, Space und... Leisuer? Warum dachte ich mir, dass das passiert? Will ich wissen? Nein, ich will das nicht wissen. Oh Gott, doch. Ich habe keine Grund, es zu nutzen. Vielleicht später. Nein, nicht die Leisuer-Setting. Nicht einmal. Schau mich so an. Oh, ich kann meinen Blick sehen, das ist sehr schön. Hallo, Rocket Ship with questionable functions. Sehr questionable. It seems to be some sort of a rare artifact. Possibly from the copyrightiest infringements era. Legends say that the archaeologists who found the artifacts received the curse of cease and desist. Okay. Okay. Hello, Green. Mysterious artifact. I can't use pop culture references in gameplay. I'm already pushing it as it is. Oh, da gibt es einen. Occupational Local Drug Addict. Beste Occupation überhaupt. Bester Job. Das ist echt fies. Okay. Ultrakrasse Drogen zu nehmen ist Kunst. Interessant. Mhm, oh ja. Er wird der krasseste von allen werden, so wie er hier sitzt und was auch immer. Es ist nicht sogar plugged in. Und wow! Hier sind mindestens vier Rats, die da drin leben. Und was scheint, ein kleines Knochen und Studio-Lighting zu sein. Oh Gott. Auch ein Lattrack? Fantastisch. Hm? Mhh. Ähh. Mhh. 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 Das ist bestimmt die beste Sitcom gebaut. Sorry, Rat Family. Your conveniently timed jokes, we have to wait. Hopefully this gets his attention. Hey! That infomercial was just about to tell me how to grow an extra arm. Gurenteeed! Mhm. 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 Ja, total. Wobei er auf der anderen Seite hat ja eine wirklich, wirklich schöne... Also, bis auf das da oben, aber ansonsten, ich mein... Smooth wie sonst nichts. Okay, paar kleine Falten hier so ums Auge. Aber ansonsten, kein, kein bisschen... Verschmutzung oder so. Oh Gott, ist der eklig. Oh, es ist nichts. Es ist alles gewollt. Auch seine halbe Monobrau und alles. Das muss so sein. Oh Gott. Sehr schön. Oh. Mhm. Ja. Wahrscheinlich sind sie jetzt recyceln sein Körper in reale Fahrradfahrer. Es ist fast poetisch. Es ist schon mal etwas. Ein bisschen näher dran ist er schon mal. Ja. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was du sprachst. Und dann... das... das... Spacetust. Will you give it to me? Mhm. I'd also suck. Recoverydisk will do fine. I'm flattered regardless. Das ist das für eine Nummer. Kannst du zumindest prove, dass du es hast? Ist das es? Nein. Das ist ein Klassiker. Es ist noch relevant nach 50 Jahren. Nein, das ist nicht. Äh, was ist das? Oh, Jesus. Das ist schrecklich. Ich bin nicht sicher, dass ich mich gefragt habe, wie du das bekommst. Vielleicht dieser? Ja. Gib es mir. Nicht, bis ich etwas von diesem süßen, süßen bekomme. Ich kann nicht glauben, dass es nicht Zucker ist. Du meinst nicht, Spacetust? Ja, egal. Gleiches. Mhm. Kann ich nicht einfach Zucker geben? Wo kann ich Spacetust finden? Du kannst es dir selbst kochen. Es ist ein wunderschöneres Prozess, um die Schraubensamplen aus dem Mond zu sammeln. Sei auf der Mann auf dem Mond, doch. Für Gründe, die ich jetzt nicht in die Schraubensamplen möchte. Und dann verletze ich den Rest. Alternativ. Du kannst es von deiner lokalen Familie-Druckbewerber für die höchsten Preise kaufen. Garantiert. Hauptsächlich, weil er alle die Komponenten verletzt. Ein wahrer Geschäftsführer. Wenn es so einfach ist, warum gehst du dir selbst? Wie kann ich das wissen? Wie kann ich das wissen? Ich habe zu viel Spacetust. Und ich habe zu sagen, ich dachte, ich war eine Rohketschick. Und ich versuchte, mich auf den Topf des Manschens. Und natürlich, Rohkets brauchen keine Klauen. Aber ich hoffe, er hat nicht versucht, seine Pleasure-Funktion anzumachen. Ist da eine bestimmte Amount du brauchen? Infinite, bitte. Ich denke, das ist nicht möglich. Wenn du in dein Herz in dein Herz, Paradigm, kannst du alles tun. Ich denke, das ist nicht möglich. Aber vielleicht, wenn du eine Wire-Loop-Skill-Tester nicht findestes Glückwunsch in dein Leben. Inevitably regrettest du deine Entscheidungen auf deinem Leben. Kannst du mir woher der Druckbewerb ist? Ja, gut. Hast du eine Karte auf dich? Kannst du diese Postcard? Ich denke so. Geh zu diesem Ort, hier. Das kleine Haus auf der Bühne, in der Mitte. Vielen Dank. Bring mir diesen Schmerz. Ich habe bereits die Suppository vorbereitet. Dann kannst du mit mir auf eine spirituelle Reise mit mir um herauszufinden, die dunkle Geheimnisse von Kroos. Oh, das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Ja! Want to hear about it? Oh, jeez. Listen here, P. Diddy Diggum. Paradigm-y-guy. Ever wonder why there's only, like, five or six of us living here? Vague memories of childhood? Unexplained scars? Large hemorrhoids that are impossible to get rid of? Obvious listening devices? Now, I won't know for sure till my next drug-induced coma. But I'm pretty sure that... Er hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert, ne? Mit den Frauen. Oh, nein. Oh, das ist cool. Figment of the imagination of a terrible Dungeons and Dragons campaign. Valid. However, my theory was that we were teenage mutant cutie boys who accidentally fell in radioactive ooze, thus giving us amnesia. Entrend in period-relevant catchphrases. Now they are keeping an eye on us, so we don't fight crime. Yours works too. Let's, uh, change the subject. Kawabungu! Ich möchte nicht mehr länger an ihn... ihn angucken. Muss ich das fragen? Was hier? Ich auch nicht. Ich auch nicht.